Ich bin Donnef 204 und das Community Event 2024 startet schon morgen am 6. April, aber viel wichtiger wann genau und dafür haben wir einen kleinen Streamplan. Ich werde streamen auf YouTube am Samstag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 20 Uhr und Speedy wird streamen auf Twitch. Link in der Videobeschreibung zu ihrem Twitch-Kanal. Das ist Let's Lost Together und sie streamt am Dienstag ab 20.30 Uhr und am Donnerstag ab 20.30 Uhr. Nicht vergessen, seid pünktlich, screenshotet euch das irgendwie oder speichert euch das im Terminplan oder was auch immer. Seid auf jeden Fall morgen Samstag ab 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall schon mal nicht den ersten Stream und ich danke euch an dieser Stelle für eure Abgaben, für eure Projekte und lest euch auf jeden Fall noch mal die Regeln durch. Verlinkt in der Beschreibung wahrscheinlich. Hoffe ich, dass ich das nicht vergesse. Lest euch die Regeln noch mal durch, bevor ihr abgebt. Ganz wichtig und im Zweifel fragt einfach mich oder Speedy. Ich sag ciao bis Samstag.